Wir sind auf einmal mehr im Saar Deutschlands. Jetzt in die zweite Gruppe haben wir den Gerhard Roch mit der Gawa. Also das ganze Welt geschossen auch mit der Fortschritte. Mit etwas geringerem PS dann da hinkommen. Da kommt der erste schon. Der Leiterdienst 2, Siegfried Almermann. 130 Fischwasserpumpen. Als er eine superschnelle Pumpe hat. Das war lieber Messerschmitt aus Langebund. Mit der Abo. Der Roch mit seiner schnellen 2,7er Gerber. Mit der Junior. Mit der Dr. Bösegau. Und der Abo. Sehr schön. Hier. Die Abo. Und der Abo. Und der Abo. Das ist Dornay Büsbach aus Zeissenhaus. Auf einer BMW R6.